Sie essen nicht gerne Mausetoast zum Frühstück? Dann rufen Sie uns! Dirk Schepers Schädlingsbekämpfung ist sofort zur Stelle. Neben Ratten und Mäusen bekämpfen wir Fliegen, Wespen, Flöhe, Ameisen, Kakerlaken und andere Schadorganismen. Schnell, zuverlässig und diskret. Überzeugen Sie sich selbst von unserer sauberen Arbeitsweise und profitieren Sie von einer schnellen Lösung Ihres Problems. Kontaktieren Sie uns. Wir sind für Sie im Einsatz. Wir sind für Sie im Einsatz.